Jut Leute, wie ich sehe, sind wir jetzt auch wieder mal zurück. Ich habe bemerkt, es gab im letzten Part ein ganz leichtes Soundproblem. Also am Anfang sowieso, das habe ich ja direkt bemerkt. Aber ich würde behaupten, der Game Sound war ein bisschen zu leise. Ich hoffe, das ist jetzt besser. Ich habe jetzt nochmal die Bitrate nochmal angehoben, noch ein paar Einstellungen verändert. In der Hoffnung, endlich dieses blöde Problem in den Griff zu bekommen. Mit diesen komischen, verpixelten Pixeln, die mich übel nerven. Aber vielleicht liegt das auch nur an diesem Spiel. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt hier ausgehen wird. Und ja, wir sehen das dann. So, wenn dieser Angler kämpfen möchte, dann sollten wir vielleicht mal Nupin in den Kampf schicken. Einfach mal, um zu gucken, wie gut es schon ist. Oh yeah, er will kämpfen. Ich muss meinen Kopf auch ein bisschen lauter stellen. Sonst bin ich nicht so in dieser Welt, in Tandor. Oh, Glaslook. Was ist Glaslook? Synthese, Megasauger und Shockwave. Megasauger. Das ist natürlich das ultimative Vieh gegen Wasser-Pokémon. Das ist natürlich nochmal ein Tipp. Was ist das? FF ح是不是? Ja, das stimmt. Ah, du bist pflanzentecht, attackentechnisch sehr, sehr schlecht aufgestellt. Ja, der zieht sogar weniger ab als das schwächere Pokémon, aber halt mit der jeweils besseren Attacke. Das ist, äh... Ja, das ist traurig. So probieren wir es mal mit Eletrug so. Und einem geschmeidigen Donnerschock. Ah, nein, die Speed soll nicht hier runtergehen. Oh yeah, ein Crit. Eletrug so, ich bin stolz auf dich. Machst du's gut? So, lass mal den dicken hier... Warte, wir lassen mal Nupin zurück. Nupin ist tot. Verdammte Kacke. Okay, brauchen wir mal mit Luxor? Vielleicht? Was, du... Du ausgerechnet kämpfst nicht. Okay. Oh, Bären! Bären, Bären, Bären! Eine Lumenberry, wuhu! Was auch immer eine Lumenberry ist. Oh, die ist getriggert. Oh! Was sind das? Zucker? Du willst kämpfen? Will... Schux? Ich seh nicht, ich wüsste nicht, wieso nicht. Du, du, ich bin mit, ich rede so behindert. Du, ich heiße Hilde, da. Alter, sind das Tanzskul... Tanzskul. Ähm... Wie war mit... Wie war es mit Fee gegen Unlicht? War das nicht irgendwie gut? Ha, ich sag's doch. Ein bisschen was weiß ich noch. Wasser, Sechsen, Gänse zu sagen. Nein, Luxor ist geflincht! Ja, noch mal, Ferry in Tune. Das, das, das gefällt mir gerade. Ich bräuchte langsam aber mal wieder Heilungsitems. Was hältst du davon spielen? Können wir bitte mal in die nächste Stadt oder so? Ich hab keine Lust, nämlich grad die ganze Zeit zu Oma und so zurückzulaufen. Ah, ah, es wird das... Nein, nein, lieber nicht. Lieber nicht, lieber nicht, lieber nicht. Au bieden, probier du mal was. Oh! Aber ich bin wahrscheinlich schneller. Was? Wie, Au bieden, ist die schneller? Das ist ein fucking Vogel. Als wenn ich... Bullshit. Das ist was. Brokkast. Boomsch. ich und wir wollen es geht zum sparen ja okay doch so was zurücklaufen das wollte ich eigentlich nicht ich meine kann habe ich ja schon ausprobiert das spiel controller zu spielen ich meine das wäre deutlich komfortabler für mich behaupte ich mal ach das ist gar kein hohes gras das ist so ein buschwall oder ja und ich dachte das ist hohes gras ich bin schon ein trottel so kind geh mal zur seite dankeschön und dann ja ich bleib gern oder so Werde ich ausgenutzt, die Omsens. Ach, nicht. Ich wollte dich doch tauschen mit Comite. Wie kommt es eigentlich, dass ich mich nicht eingedeckt habe in Beelbeachtown? Mit Heilungsitems. Da habe ich die alle verbraten. Kann doch nicht sein. Oh yeah, ein wildes Pokémon. Ein Kottony. Kottony, Kottony. Okay, wir sollten wieder abhauen. Okay, wir warten kurz, bis er sich umdreht. Oh, er hat es gemerkt. Oder sie? Oh, irgendwas mit einem UFO. Uhu. Las Alice. Las Alice in Ruhe, verstehst du? Oh, ein Nymphflora. Dieses komische fliegende Feen. Fuck, Fee. Teil. Dingsbums. Whatever. Das ist eigentlich was. Was ist das überhaupt? Rockrow. Ja, klar. Das war uncool. Das war sowas von uncool. Ich riskiere Nupin Mali vielleicht nicht drauf. Dafür. Ist irgendwie nicht cool, glaube ich. Ist, glaube ich, nicht cool. Aber ich glaube, das ist kein Pflanzenvieh oder Käfer. Sondern Fee irgendwas. Okay, Fee Käfer. Schätze ich. So, ein Air Cutter. Und Aruiden, wieso bist du so scheiße langsam geworden? Du warst immer voll der schnelle, flinke Typ. Alter, bist du alt? Oder was ist mit dir los? Bist du besoffen? Glaslook. Oh, da ist dieses Teil schon wieder. Okay, wir nehmen mal dafür Elektroxel lieber. Oh, da sind wir ja Wir haben das verantreist. Ich habe das nicht geklärt. Wir sind es nicht so ausgereift. Die sind wissen, dass wir ausgereift haben. Ehe, das ist echt nicht schön, wenn man irgendwie so... Also wenn der Körper meint, er müsste einen auf Müde machen. Nur weil man... mal aufnimmt. Habt ihr schon bei den letzten Parts immer gemerkt. Da hab ich mich öfter mal beschwert, dass ich müde bin. Wieso auch immer. Ich bin hier gerade am späten Nachmittag, frühen Abend dabei. Was soll das? Das hier war Kampf, meine ich. What the gun? Oh, ich glaube ich verschwende mal eine Zeit. Okay, da ist noch so ein... Oh, ein Karate-Man. Ahui, den mach du mal. Ah, du bist eh an erster Stelle. Gut, du kriegst jetzt einen Trank da mal eingeflüht. Machst einen Karate-Man hier. Kabut, ja? Ist mir egal, wie du das anstellst. Du machst den jetzt kabut. Das kann nicht sein, Mann, dass du so scheiße geworden bist. Du warst doch mal voll gut. High five, me. Jawohl, ein paar Schaf. Das können wir doch ziemlich gut wegpacken. Eckata. Was ist Moxie, Mann? Aber scheinbar, wenn man einen Vieh kaputt macht, geht dann die Attack hoch. Okay, machen wir einen Karate-Man rein. Der ist auch so schön, äh, tanky. Krabhammer. Alter, der ist schneller. Warum ist das? Tanky. Klar. Du bist, du bist, du bist tanky, ja? Ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Jawohl. Einer, immerhin, da hat die Statik schon mal gewirkt. Das wollte ich doch gar nicht drücken. Verdammte Kacke. What the gun? Und jetzt haben wir ihn. Du bist, du bist, du bist, du bist. Oh, jetzt muss ich wieder zurücklaufen, wie so ein... Vollidiot. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt dann... ...immer solche Parts, wenn ich zurück zur Oma laufen muss. Machen wir halt so eine kurze Unterbrechung. Wir sehen uns dann morgen in einem neuen Video. Bis dahin. Tschüss.